So, herzlich willkommen zu Schokiebanoki Global News. Es ist wieder soweit. Einer von unseren Jungs ist irgendwo auf diesem Erdball unterwegs und recherchiert knallhart nachgebracht für unsere ganzen Schokiebanoki-Fans. Und wir versuchen den jetzt mal zu erreichen. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, das ist wie beim letzten Mal. Jawohl, die Nummer kommt mir sehr bekannt vor. Ich glaube, das ist der Sashi. Mal gucken, ob er dran geht. Das klingelt schon mal, ein gutes Zeichen. Hallo. Ratte, ratte, ratte. Bis zum Satelliten und zurück. Jetzt klingelt es. Na, sitzt noch was heute? Hallo Daniel. Da ist er. Ich grüße ihn im Namen des Herrn. Hallo Sashi. Wo bist du, mein Lieber? Ja, das trifft sich gut, weil ich bin gerade auf dem Jakobsweg. Ah, okay. Ja, na, da hast du dir was vorgenommen. Ja, naja, ich werde wahrscheinlich nur so 500 Meter da zurücklegen auf dem Jakobsweg, aber immerhin. Immerhin, ja. Ich bin gerade im Elsass in Bar und mache mich jetzt in die Weinberge und habe gerade eben, ganz ehrlich, per Zufall festgestellt, dass ich auf dem Jakobsweg bin. Und von hier aus sind es noch 2.200 so ein Eppes Richtung Santiago de Compostela. Ja, na, da hast du noch was vor dir heute. Ja, das wird heute ein langer Trip. Nee, Quark. Das mache ich natürlich nicht. Vielleicht kommst du irgendwann mit auf dem Jakobsweg. Das könnten wir durchaus mal eruieren zusammen, ja, klar. Ja, ich bin hier gerade an der Kirche in Bar. Ich zeige dir mal, warte mal, ach, hier ganz schön hoch, das Ding, ne? Ja. So eine Kirche ist meistens ja ganz schön hoch, ne? Das ist meistens so, wegen dem Kirschturm, ja. Und im Hintergrund sieht man schön die Weinberge. Das ist ganz cool hier eigentlich. Ja, ich muss sagen, im Elsass kann man mal so einen halben Tag irgendwie verbringen oder eine Woche. Ist es eine Reise wert, ja? Ja, ja, auf jeden Fall. Das Wetter ist heute nicht so ganz geil, weil es ist mir jetzt ein bisschen bewölkt. Okay. Aber grundsätzlich ist eigentlich ganz cool. Ja, ich zeige es mal, ich bin hier auf dem Weg zum Chateau du Landsberg. Chateau du Landsberg. Schon mal gehört, aber gesehen habe ich jetzt, habe kein Bild vor Augen. Ich zeige mal, ja, das Chateau ist auch echt mini. Warte mal, ich zeige es mal. Ja, da im Hintergrund, da oben in der Ecke, da in den Weinbergen, da ist das Chateau. Sieht eher aus wie so eine Hundehütte. Aber laut diesem Schild ist es das Chateau de Landsberg. Okay. Ja, das geht da, wo ist es, oder? Hier ist es, genau. Und da, da eier ich jetzt hoch, durch die Weinberge, das ist so eine Schlangenlinie. Da musst du immer, weißt du, Luftlinie sind das so circa 400 Meter, würde ich jetzt mal sagen, da hoch. Ja, aber du läufst. Die ganzen Serpentinen. Hier, ohne Scheiß, also, ich bin schon mal hier da hoch, nicht da hoch, aber da einen anderen Weg. Da läufst du echt hier 5, 6 Kilometer und bist gefühlt keinen Meter weiter, ehrlich. Höhenmeter voller Scheiß, naja, egal. Der Weg ist das Ziel, denk immer daran. Aber das Gute ist ja, hier gibt es ja ganz viel Wein, weißt du das? Okay. Da, wo Weinberge sind, da gibt es ja auch ganz viel Wein. Ja, das ist genauso wie mit den Taubenzüchtern. Wer Tauben hat, der hat einen Schlag, kennst du das doch. Ja, genau, so ist es auch hier, ja. Und ich habe mich noch nicht getraut, so ein bisschen von den Weinreben zu probieren. Okay. Ist das verboten, weißt du das? Ich glaube, das zählt als Wegzehrung, kannst du ruhig machen. Meinst du? Ja, ja. Also die Franzosen sind ja, glaube ich, ganz krass. Die sind, glaube ich, schlimmer als alles. Also wenn du Wein, Trauben klaust, dann bist du, glaube ich, so gut wie weg. Okay. Ja, bei uns ist das ganz easy. Hier im Rheingau geht es ruckzuck, kannst du da pflücken, wie du willst. Ja, im Rheingau, ja, komm. Tja, das ist einer der besten Weine der Welt. Ist ja, ist ja ewiger Ausnahmezustand. Tja, das ist halt naturgemäß, ne? Vieh stinkt immer im Kopf zuerst, oder wie war das? Ich laufe jetzt mal noch ein Stückchen den Jakobsweg lang. Im Hintergrund sieht man noch die Kirche von Barre. Barre im Elsass, wie gesagt, ja. Ja, wirklich cool eigentlich hier der Ort. Das Ding ist ja, in der Altstadt war ich vorhin, ist ja sehr schön, schöne Fachwerkhäuser und den ganzen Käse, aber so viele Autos und die fahren ja wie die Franzosen da. Jetzt mal ohne Spaß. Also die hauen ja aufs Gas, ey, gibt's ja gar nicht. Haben die auch eine Hupe? Ja, ja, die haben auch eine Hupe, aber die haben sie bei mir nicht benutzt, weil ich bin ja kein wirklicher Gegner im Straßenverkehr, wenn ich zu Fuß laufe. Ah, okay, ja. Deswegen, die hupen ja nur, wenn sie eventuell irgendwie ein Auto haben, das genauso stark ist, verstehst du? Ah, okay, verstehe. So machen die Franzosen das. Wie bei den Italienern. Ich bin gleich hier an einem ganz netten Aussichtspunkt, glaube ich. Ah, ja, genau. Ja, ich laufe mal ein bisschen schneller, hier um die Ecke. Okay. Da sieht man mal die Weinberge so ein bisschen von oben auch. Zeige ich gleich mal. Und dann ist echt eine schöne, also aber wunderschöne Aussicht, pass mal auf hier. Schade, dass das Wetter nicht so der Riesenknaller ist. Aber hier hinten, guck mal. Ein View vor dem Herrn, ja, auf jeden Fall. Ganz, ich mach mal das Karussell hier. So sieht das hier aus. Nicht so schnell, dann sind wir schwindelig. Ja. Ja. Global News in Frankreich, im Land des Fußball-Weltmeisters leider. Ich hab ja überlegt, ob ich meine Kroatien-Trikot hier anziehe. Aber ich hab's leider vergessen. Ja, das würde, das wäre so ein bisschen, ja, das würde zu dir passen. Hättest du nochmal machen können, ja. Ja, mal ein bisschen Konflikte hier, Konflikte anheizen. Ja, sicher. Einfach mal ein bisschen Unruhe schaffen, bis da gut hin. Ja, das war Global News hier aus dem Elsass. Schön, dass du angerufen hast. Ich reise demnächst weiter. So, ich danke dir, auch im Namen unserer Zuschauer, und wünsche euch allen, dass das eines eurer nächsten Ziele wird. Das hast du aber schön gesagt. War im Elsass, ja. Ansonsten liked mal unseren Kanal und abonniert, vergesst die Glocke nicht, und damit wird auch alles gesagt. Ich wünsche dir was. Mein Name ist Sophie. Cheerio.